Unter zwei großen Apfelbäumen stand einmal eine Schule. Einige Kinder spielten auf dem Schulhof. Und Herr Herrsch, Herr Arjen und noch ein paar andere Lehrer schauten den Kindern zu. Plötzlich fiel ein Meteorit vom Himmel und zerstörte die Schule. Alle rannten schreiend weg, sogar die Lehrer. Alle Schüler weinten. Sie waren traurig, weil die Schule kaputt war. Wääääää, Mama! Wäääää! Nach einiger Zeit kam ein Ufo. Langsam landete es auf dem Schulhof. Eine Klapptür ging auf und ein grünes Wesen kam heraus. Danach kam noch eins und noch eins. Nacheinander gingen die Aliens raus. Hallo ihr Leute, wir sind die Aliens und ihr tut uns leid. Ihr habt keine Schule mehr. Wir bauen euch eine. Dann fing die Aliens an zu bauen. Alle Aliens standen in einem Kreis. Der Chef stieg auf ihr Ufo rauf, noch immer die Hände nach oben. Wir haben eine super tolle Schule. Sagte Herr Herzsch und bewunderte die neue Schule.